Hallo, hier ist Alpesto 4-5 und ich bin Leila. Ja, das ist das Urlaubs-Wohnert Teil 2. Wir fahren gerade zu unserem Hotel. Ja, die Fahrt dauert nicht mehr lang. Aber wir werden jetzt nicht die ganze Fahrt füllen. Ja. Ich bin Leila. Ich bin Leila. Ich bin Leila. Wohooo! Okay, es sind noch viel mehr Sachen im Kofferraum. Schöne Aussicht, wa? Ja! Ja! Das ist geil! Du musst doch sein Gasein, oder? Wieso? Kannste ja nicht durchfahren. Gai ist aber oben, wir müssen immer rum. Wie gesagt, es rüttelt ganz schön. Aber wir haben auch gefahren. Zwei Gasein Waaaah Der Supertremot hat es nicht. Was ist denn da? Was war da außerdem links? Also rechts? Ja. Wir müssen da lang fahren, oder? Ja, doch nicht der Haag und wir sind doch da, doch von oben. Okay, langsam wird es langweilig. Okay, das Urlaubsabenteuer Part 3. Guckt das jetzt an.